Eine wichtige Komponente bei TFT ist das Early Game. Wie wir dieses Early Game gut überleben und mit möglichst viel HP oder am besten auch viel Gold in die späteren Stages des Games kommen, um dann eine Möglichkeit zu kommen, wie diese hier zu spielen, zeige ich euch jetzt. Wir sehen uns gleich in-game. Okay, da sind wir auch schon wieder in-game. Nehmen wir einfach mal irgendein Item. Am besten hätten wir natürlich ein BF-Sort genommen, aber das haben wir jetzt eigentlich nicht gekriegt. Und dann starten wir in die ersten Stages, nehme ich mal mit und erkläre, worauf man so gut achten kann und so gut als Tipps oder als Tricks auch anwenden kann, wie man dadurch ganz gut kommt. Also grundsätzlich ist es wichtig, wir wollen nicht zu viel HP verlieren. Ihr wisst ja, wir haben 100 Basis-HP und wir versuchen möglichst lange, möglichst viel HP zu bekommen. Wir wollen aber auch unser Gold nicht aus den Augen verlieren. Sobald wir irgendwie versuchen können, 10, 20, 30 Gold zu kriegen, wollen wir das eventuell machen. Okay, wir sehen jetzt hier den ersten Shop. Wir sehen, wir haben drei Wladimirs. Drei Wladimirs zusammen ergeben einen Wladimir Level 2. Was wir machen, wir stellen die beiden Wladimirs rein. Wir kaufen den dritten Wladimir noch nicht. Ja, wenn wir den dritten Wladimir jetzt direkt kaufen würden und wir gleich zum Beispiel irgendwie noch was anderes getroppt, gegen zum Beispiel noch einen Wladimir oder so, dann könnten wir uns das Gold sparen, weil Wladimir zum Beispiel ist Renewer. Wir wissen, okay, Lizanto ist auch Renewer, also das wusste ich jetzt und deswegen behalte ich die. Wir hätten also quasi, wenn wir die beiden reinmachen, schon eine Kombination. Wenn wir jetzt kein Gold kriegen hier, sondern ein Item, dann verkaufen wir den und wir haben jetzt nächste Runde automatisch Wladimir 2. So ein Tipp. So, jetzt haben wir hier zwar noch einen Wladimir bekommen, aber das können wir ja nicht wissen. Alles klar. Wir haben in mind, wir wollen irgendwie möglichst einen Draven spielen. So, wir sehen aber schon, unsere Items sind jetzt noch nicht so super AD-Carry-lastig. Wir haben hier noch einen Renewer, den machen wir rein für den Bonus. Wir wissen aber, wir haben noch kein Gold bekommen. Normalerweise kriegt man in der dritten Minion Round oder in einer der drei Minion Rounds immer noch Gold. Das heißt, wir werden jetzt nochmal Gold bekommen aus den Orbs und versuchen dann mit dem Gold möglichst ein starkes Board aufs Feld zu zaubern, sage ich mal. Okay. Wir haben jetzt hier eine Cicuani bekommen und noch einen Nikos Help. Ja, das ist okay. Nikos Help macht quasi eine Copy. Also, wenn ich das jetzt auf diese Soraka machen würde, dann hätte ich Soraka 2. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel für den Anfang. Aber wir sehen, okay, was fehlt uns noch? Nightbringer, Doorbringer. Wir haben eine Cicuani, Nightbringer, alles klar. So, jetzt haben wir natürlich noch keinen wirklich, der Schaden macht oder so. Da können wir uns Kalista holen. Die können wir erstmal in der Hände halt behalten. Für die können wir dann den Attack Speed machen. So, Sunfire ist zum Beispiel eine gute Komponente, die wir am Anfang slammen können. Wir haben hier Wladimir, Level 2 Unit. Sunfire, Sunfire. Reduce zum Beispiel, also, Reduce das Healing der Gegner. Und ist einfach ein gutes Early Item, was man immer slammen kann. Das können wir am Ende einfach in unseren Mordekreise machen. Das waren jetzt keine Teilkomponenten von denen, die wir für unseren Draven brauchen. Die Items wollen wir möglichst am Anfang nicht in irgendwelche anderen sinnlosen Items verbauen. Aber wir sehen zum Beispiel hier, wir hatten nur drei Units, der Gegner hatte vier Units. Und es stirbt nicht mal ein Unit von uns. Ja, das ist also einfach, weil wir ein starkes Item am Anfang geslammt haben und dadurch konnten wir gewinnen. So, wir wollen eigentlich nicht mit 20 Icon, äh, mit einem Icon, das heißt, wir kaufen am Ende der Runde immer noch die Unit. Vielleicht finden Sie ja jetzt noch zwei Warwick, nicht mehr Warwick 2, das wäre zum Beispiel sehr stark. Alles klar, was haben wir? Ein Shadow Belt. Ja, okay, wenn wir uns erinnern, wir wollten einen Shadow Warmox machen. Können wir mitnehmen. War jetzt leider wieder kein Draven Item dabei. Aber das ist nicht so schlimm, wir versuchen hier das stärkste Bord zu spielen. So, jetzt sehen wir, okay, wir haben schon, wir haben drei Gold, wir bräuchten noch eins für Level 4. Der Warwick, der synergiert mit nichts, aber wir verkaufen, wir pushen Level 4. Wir wollen ein möglichst starkes Bord haben, damit wir eine Winsteak halten können. Ja, wir können uns jetzt die anderen Spieler angucken, die auch 100 HP haben, die gewonnen haben. Naja, der hier hat zum Beispiel schon Nocturne, Rha'Gas, zwei Atrox, sei ich, ist auch sehr stark. Wir wollen also möglichst versuchen, anfangen zu gewinnen. So, jetzt haben wir ein Shadow Belt. Wir wissen, in unserer End-Comp spielen wir auf keinen Wladimir, das heißt, Item Slam, damit wir stärker sind. Und, ja, okay, der Gegner spielt jetzt Hellion, der hat auch schon einen Ginsus geslammt. Kann man machen oder nicht. So, was haben wir noch? Wir haben noch einen Bow, den können wir auf unsere Kalista slammen. Die wird nämlich unsere Items von unserem Draven, die wir am Ende spielen, halten. Soweit hoffentlich verständlich, das geht jetzt ganz ein bisschen schnell, natürlich, weil wir in Game sind. Aber das ist kein Problem, ihr könnt das notfalls auch pausieren oder nochmal angucken, wenn ihr das nicht verstanden habt. Okay, so, wir sehen, das sieht ganz gut aus, wir werden wieder gewinnen. Das heißt, wir bekommen hier unsere Winstreak. Sobald wir nämlich zwei oder mehrere Runden am Stück gewinnen, kriegen wir extra Gold. So, jetzt hatten wir ein Gold, wir kaufen wieder die Unit, die wir noch übrig hatten. Noch null sind, okay. Was haben wir jetzt für Möglichkeiten? Wir könnten jetzt unsere Bank verkaufen, dann hätten wir zehn Icon und würden nochmal ein extra Gold machen. Wir könnten aber auch versuchen, nächste Runde Level 5 zu gehen. Und auf Level 5 kriegen wir einen besseren Shop, dann sind die Prozente hier höher für die Units, die wir kriegen können, um dann möglichst noch ein stärkeres Board zu kriegen. Das Ganze würde uns nochmal vier Gold kosten. Kein Problem. Können wir machen. Wir könnten rein theoretisch einen ganz coolen Move machen und die Soraka verkaufen und zweimal leveln. Dann wären wir Level 5 gegangen, hätten den Arthrox reingemacht, hätten noch den Legionär-Buff gehabt für unsere Kalister. Aber das wäre vielleicht ein bisschen sehr viel. Das heißt, wir werden einmal leveln, haben zwei Gold. Können wir uns noch gucken, was passt aus dem Shop ganz gut mit den Sachen zusammen, die wir haben. Okay, Abonimation ist zum Beispiel ein guter Trade mit drei Units. Kalister, da haben wir jetzt einen Brand, den können wir mitnehmen. Vielleicht hätten wir gleich einen Nunu und dann hätten wir quasi den Tradechen. Dann kommt da so ein Sign raus und dann sind wir auch noch wesentlich stärker. Wir sehen, wir haben wieder gewonnen, wir haben noch ein Gold. Wir können die Sandra mitnehmen, die war Rinoa, die ist engagiert mit unserem Wladimir. Und all sowas. Ihr müsst also immer versuchen zu gucken, wie passen meine Units am Anfang ziemlich gut zusammen. Es ist uns erstmal komplett egal, was wir am Ende für Units spielen wollen. Bei so einer Comp wie zum Beispiel Draven, weil die Units haben wir eh alle noch nicht. Das heißt, wir müssen versuchen, irgendwas zu spielen, wo wir am Ende einfach rauswerfen, aber möglichst am Anfang gewinnen, viel Gold kriegen und viel HP behalten. Welches Item wir wollen, ist offensichtlich das BF-Sword, wo wir jetzt hinlaufen, weil das eben ein gutes Draven-Item ist. Wir hätten jetzt auch das Giants-Belt nehmen können und unseren Mordekaiser, den wir am Ende spielen wollen, mit einem Shadow-Warmbox ausrüsten zu können, wie ich es am Anfang gezeigt habe. Das ist aber nicht unsere erste Priorisierung. Wir wollen versuchen, unseren Carry Draven auf Level 2 zu kriegen. Ja, beziehungsweise mit drei Items auszustatten. Was wir jetzt haben, ist, wir haben Kalista Level 2. Das kaufen wir auf jeden Fall. Warum nicht? Gute Sache. Also was bleibt uns jetzt übrig? Wir hätten jetzt die verschiedenen Möglichkeiten. Wir könnten jetzt den Arthrox spielen. Wir könnten die Sandra spielen. Wir haben aber schon Renewa. Drei Renewa ist genauso gut wie zwei Renewa. Das heißt, wir spielen den Arthrox auch ein bisschen mehr Frontline. Das ist ganz gut. Alles klar. Jetzt ist unser Ziel. Wir wollen möglichst viel Econ machen. Das heißt, wir wollen möglichst hier auf 10 kommen. Kommen wir auf 10? Die brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht. Und jetzt können wir uns halt überlegen, ob wir lieber Soraka verkaufen, weil Soraka 2 ist jetzt nicht unbedingt so super stark, oder ob wir lieber den Brand verkaufen. Allerdings ist die Hoffnung da, dass wir vielleicht einen Nuno Hitten und dann diesen Abonimation Trade kriegen. Der ist auch relativ stark am Anfang. Da kriegen wir nämlich schon 1.000 TAP Sion, der rausläuft. Das heißt, wir werden einfach die Soraka verkaufen. So, jetzt haben wir 11 Gold. Wir sehen, wir haben ja einen mehr. Können wir noch einen Warwick kaufen. Das muss man nicht machen. Kann man aber machen. Alles klar. Wir sehen, wir kriegen noch eine Kalista. Können wir mitnehmen. Was wir hier, aber unser Ziel ist, ist erstmal hauptsächlich, dass wir die nächste Runde auch gewinnen, damit wir in der Minion Round, die zählt nämlich nicht als PvP-Runde, diesen Bonus mitkriegen. Das heißt, wenn wir jetzt gewinnen, kriegen wir 3 Gold extra. Wir haben eine 500 Winstreak. Und dann kriegen wir diese 3 Gold extra 2 Runden hintereinander, weil wir einmal in der Minion Round kriegen und einmal in der danach folgenden Runde quasi. Weil die Minion Round, auch selbst wenn ihr die verlieren solltet, was im Idealfall nicht passiert, zählt die trotzdem als, ja quasi als neutrale Runde. Das heißt, die zählt nicht in diese Win- oder Loose-Streak rein, sodass ihr also doppelt Gold kriegt. Das ist ja sehr valuable. Okay. Ihr seht schon, wir sind ganz gut dabei. Auch wenn wir das PS-Fort jetzt noch nicht geslamt haben, was wir hätten machen können. Also was wir jetzt auf jeden Fall machen, ist, wir wollen 20 Ikon haben, damit wir hier nochmal extra Gold kriegen. Und wir sehen schon, total income possible. Wir kriegen jetzt 11 Gold die nächste Runde und danach die Runde nochmal mindestens 11 Gold. Vielleicht schaffen wir es auch durch den Minion Round auf 30 Gold. Dann kriegen wir sogar 12 Gold, weil wir nochmal ein Ikon mehr haben. Was wir nicht machen wollen, also was wir quasi am Ende spielen wollen auf unseren Draven, ist so ein Ginsus mit dem Bow und was mit dem Bear Sword, also ein KDU, also ein Infinity Edge oder sowas. Aber was wir nicht machen wollen, ist ein Giant Slayer Slam. Ja, also wir wollen nur sinnvolle Itemslam. Giant Slayer ist in dem Falle kein Item, weil wir natürlich auf unserem Draven möglichst diese Komponenten haben wollen, die wir da eben am Anfang des Games gesehen haben. So, wichtig, also was ich hier ganz gern mache, ist die Units alle rüberstellen, damit die alle am Anfang den einen Guompier angreifen. Dann geht die Minion Runde schneller und man erlebt auf jeden Fall nicht. Muss man aber nicht machen, kann man auch so schon mal normal spielen. Wichtig ist, dass ihr danach das wieder halbwegs normal umstellt. Immer hier die Orbs einsammeln, ganz normal. Haben wir noch eine Leblanc, dann können wir noch eine zweite Leblanc kaufen im Kopf, dann haben wir vielleicht noch eine Leblanc 2. Ist aber auch nicht unbedingt nötig. Wir sehen schon, wir haben 30 Gold, wir kriegen jetzt 12 Gold für die nächste Runde. Und das heißt, wir haben also quasi zweimal den Bonus unserer Winstrick ausgenutzt. Okay. Und so haben wir irgendwas Passendes, was wir kaufen wollen. Ja, wir könnten jetzt die eine oder andere Sache kaufen. Müssen wir aber nicht. Wir könnten noch einen Varus und einen Ash kaufen. Dann hätten wir einen Ranger-Paar. Das wäre vielleicht stärker, als diese beiden zusammen zu spielen. Aber da wir Kalista 2 haben, ist das eigentlich voll okay. So, jetzt stellen wir die wieder so halbwegs mittig hin. Nehmen wir unseren Carry möglichst in die Ecke. Das ist eigentlich immer ganz sinnvoll. So. Was wir jetzt sehen, ist eine, oder was wir eben gesehen haben, war eine Lulu im Shop. Da bin ich jetzt nicht extra drauf eingegangen. Aber wir wissen, in unserer Endkombination wollen wir auch eine Lulu spielen. Das Problem daran ist, die kostet 3 Gold. Und die bringt uns momentan überhaupt keinen Buff. Das heißt, wir wollen die Lulu jetzt noch nicht kaufen. Wir wollen die erst auf Level 7 oder so kaufen, wenn wir wirklich diesen Mystic-Buff kriegen. Aber der Mystic-Buff selber wäre jetzt noch nicht stark genug. Wir sehen, der Gegner hat ein Gold. Das hat er auch nur durch den Sieg gekommen. Das heißt, der hat schon ziemlich hart runtergerollt oder gelevelt. Das ist schon auf Level 6. Das ist nicht so schlimm, dass wir jetzt verloren haben, solange wir vor dem Minion-Round unsere Windstree gehalten haben. Im Endeffekt wäre es sogar besser, wenn wir jetzt weiter verlieren, weil wir dann mehr Gold kriegen würden. Aber das müssen wir nicht machen. So, wir sehen. Okay, wir haben jetzt die Option. Wir könnten wieder unser Giant-Build für unser Shadow-Warmox holen oder halt einen Rod und könnten jetzt Kindle-Slammen. So. Jetzt noch ein wichtiger Punkt und dann ist das Early-Game auch quasi vorbei. Stage 3, 2. Wir wollen nach Möglichkeit Level 6 gehen. Nach Möglichkeit Level 6 gehen und stärker werden. Was macht uns stärker? Na ja, ein Dawn-Bringer-Buff kann man jetzt darüber argumentieren, ob es uns das stärker macht. Aber wir wollen auf jeden Fall Level 6 gehen, um weniger HP zu verlieren. Ja, wir sehen hier unten, der ist schon bei 64 HP. Der hat 5 Forgotten. Für ihn wäre es sinnvoller, jetzt Level 6 zu pushen und ein 6. Forgotten-Unit reinzumachen, weil das eben den Buff nochmal wesentlich verbessert. Dann würde er HP sparen und das bisschen Gold, was dabei drauf geht, ist es auf jeden Fall wert. So, wir wollen wieder 37 Gold. Wir brauchen Leblanc überhaupt nicht. Wir verkaufen Leblanc, haben 41 Gold. Und ab jetzt startet quasi das Mid-Game und dann das Late-Game kommt dann später. Wir haben es geschafft mit 90 Gold, möglichst viel, mit 90 HP und möglichst viel Gold, die Anfangsstage zu überleben. Wir haben einfach irgendwelche Units gespielt und in Wladimir 2 einfach so. Hauptsache, wir haben irgendwen, der Items trägt, Level 2 Units und versuchen jetzt momentan quasi einfach nur HP zu saven. Wir sehen uns dann in einem anderen Video wieder, wo wir dann quasi das Mid-Game und das Late-Game, die Transition, darauf nochmal extra Fokus liegen. So weit war es erstmal zum Early-Game. Falls ihr noch Fragen habt, kann ich auch gerne nochmal ein weiteres Video machen oder eure Fragen in den Kommentaren beantworten. Danke mir nicht fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.